Gehen wir einkaufen? Ich brauche Obst und Gemüse. Gehen wir einkaufen? Ich brauche Obst und Gemüse. Ja, klar. Ich brauche auch Milchprodukte und Fleisch. Ja, klar. Ich brauche auch Milchprodukte und Fleisch. Gut, lass uns zum Supermarkt gehen. Gut, lass uns zum Supermarkt gehen. Welche Obstsorten möchtest du kaufen? Welche Obstsorten möchtest du kaufen? Ich möchte Äpfel, Bananen und Trauben kaufen. Ich möchte Äpfel, Bananen und Trauben kaufen. Ich nehme Orangen und Birnen. Ich nehme Orangen und Birnen. Lass uns auch Karotten und Tomaten für den Salat nehmen. Lass uns auch Karotten und Tomaten für den Salat nehmen. Gute Idee. Ich mag auch Paprika. Gute Idee. Ich mag auch Paprika. Wo können wir die Milchprodukte finden? Wo können wir die Milchprodukte finden? Wo können wir die Milchprodukte finden? Die sollten im Kühlregal sein. Lass uns dorthin gehen. Hier sind die Milchprodukte. Ich brauche Milch und Joghurt. Ich nehme Käse und Butter. Jetzt fehlt uns nur noch das Fleisch. Wo ist die Fleischabteilung? Die Fleischabteilung befindet sich meistens im hinteren Teil des Supermarkts. Die Fleischabteilung befindet sich meistens im hinteren Teil des Supermarkts. Ich möchte Hähnchen und Rindfleisch kaufen. Was möchtest du kaufen? Ich möchte Hähnchen und Rindfleisch kaufen. Was möchtest du kaufen? Ich bevorzuge Schweinefleisch. Ich bevorzuge Schweinefleisch. Ich bevorzuge Schweinefleisch. Sehr gut. Wir haben alles, was auf unserer Einkaufsliste steht. Lass uns zur Kasse gehen. Sehr gut. Wir haben alles, was auf unserer Einkaufsliste steht. Lass uns zur Kasse gehen. Stimmt. Ich habe alles, was ich brauche. Wir haben alles, was ich brauche. Ich hoffe, wir haben genug Geld dabei. Ich hoffe, wir haben genug Geld dabei. Keine Sorge, ich habe genug Bargeld dabei. Das ist gut. Danach können wir nach Hause gehen und kochen. Das ist gut. Danach können wir nach Hause gehen und kochen. Ja, ich freue mich schon darauf. Ja, ich freue mich schon darauf. Ja, ich freue mich schon darauf. Ja, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020